Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich habe ein Tarkov-Video für euch und der gute Dragon und ich, einer der besten Gaming-Buddy seit zwei Jahren in der Community, hat bei COD bestimmt einmal mitgezockt bei uns. Kaum fang ich mit Tarkov an, geht er nicht mehr von der Seite von mir. Es ist einfach krass, wie die Tarkov-Community ein, als Anfänger, wie ich es in Tarkov jetzt bin, mit sechs Wochen Spielerfahrung, der erste Vibe, das erste Mal Maus- und Tastatur spielen und alles, wie sehr diese Tarkov-Community Leuten dieses Game näher bringt und wie man über Quests geleitet wird, über Karten geführt wird, wie man Dinge lernt. Sehr, sehr geil, also dicke Props an Dragon und an alle, die im Stream vorbeischauen, die Tipps geben, die mitmachen, freue mich sehr, dass diese Community, dass ich die kennenlernen durfte. Ihr seht ein fucking Raid of Reserve. Eigentlich eine der Karten, die ich nicht gut kenne bisher, weil die Audio dort sehr verbuggt ist und ich eigentlich Maps meide, wo Audio- und FPS-Probleme in Tarkov sind, was es eben noch gibt zum Teil. Einfach, weil es sehr frustrierend ist zu sterben, wenn man eigentlich einen Gegner zum Beispiel hören müsste, aber er klingt, als wenn er über einem wäre, aber er ist hinter einem oder oder. Und irgendwie haben wir ein paar Scav-KIs getroffen, die ein bisschen viel ausgehalten haben und dann haben wir auch noch einen Juicy-Boy getroffen, der anscheinend die gesamte Lobby wipen wollte. Wie es ausgegangen ist und glaubt mir Leute, Pulsschlag 800. Angucken, Like da lassen, hoffe es gefällt euch. Bin raus. Ich nehme deinen Rig, meins ist nämlich im Arsch. Mh. Ähm. Bitte? Ähm. Bitte sag mir, dass ich einfach nur daneben geschossen hab. Gerne. Ich bin mir nicht sicher, ob jemand... Oder sind das die Guards? Hast du gesehen, wie viel Schuss ich in die gerade in die reingehauen hab? Ja, ich hab's gesehen und es sah nicht so aus, als hättest du da viel daneben geschossen. Ähm... Sonst geht's denen da gut, oder? Ähm... Was passiert hier gerade? Und anscheinend kommt die ganze Lobby zu dir von Scaps, die natürlich alle irgendwie anscheinend eine Achter-Rick haben. Ach, da ist das, äh, sie hat bitte auch an den Highholds. So. 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 oder bring deine waffe auf null in einer runde sie waren neu ich sehe da schon was rotes bei den balken so wohin du musst nach rechts sozusagen jetzt geradeaus richtung bahnhof laufen vorm bahnhof sind die tanker so wie du jetzt drauf zuläuft bist du der neue endgegner mein freund jetzt kann ja auch nur kommen der ist leichter das macht jetzt auch keinen unterschied mehr ich meine der ist auch leichter zu besiegen als dieses kraft gerade einfach nur auf die gebäude backe rechts von dir zu laufen auf dem bahnhof die seite wurde darauf zuletzt musste hin oder auch die die äh ähm ist das schnell oh oh vss meiste bei der m4 weg hast du noch was gegen blutung mhm mhm ah ja hat nen tricep mhm 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 es ist geil du heilst dich die ganze zeit aber dein operator möchte nicht die blutung stoppen ah jetzt meint er mich ich höre deinen ingame sound nicht was soll jetzt noch passiert der zug kommt so zwischen minute 15 und minute 10 nur in den bunker zu laufen das wäre du könntest noch hermetik dorf versuchen dann kommen aber radar das ist die sichere variante oder ja wenn er zukommt kommen auch radar das heißt was mache ich jetzt du gehst in den bahnhof rein und dann muss ich dich führen wo du dich am besten dass ich pinken muss habe ich schon erwähnt meint ihr habt schnell zeit eigentlich nicht okay jetzt läufst du wieder zu dem balkon also zu der halle bei wie viel zeit bist du 18 hast du noch essen trinken ja ja okay du musst gucken dass in die halle kommt sonst bist du eventuell kommen dann gleich getötet kann natürlich sein ist dass sich der eine jetzt schon abkommt durch den mauer durchbruchter links und dann muss ich da rein ja du musst ins gebäude der zug hält da drin das ist nur nicht der armort rein also nicht wundern du musst da vor dir falsche richtung vor dir jetzt kannst du die treppe da hoch die rechte treppe ist egal welche so man kann nicht durch die fußböden schießen von unten nach oben von oben nach unten in beide richtungen geht nicht du gehst meine ich dachte je nach weiter da geradeaus jetzt stell dich da oben rechts in die ecke das ist tatsächlich der sicher hoffentlich kommt jetzt nicht der zug reingefahren was war das jetzt bitte bist du da ich gerade durchgeglitscht ja dann gehe die andere treppe hoch es hat tatsächlich gerade durchgeglitscht so schlank und dünn ist dadurch gefallen bist schön zug okay dann scheiße jetzt kommen natürlich eventuell aufpassen nicht über die schienen laufen wenn der zug rein fährt bist du guck noch mal auf dem boden ich das dann durch hat ach du bist passt auf das ist wieder das ein doch wo was so ja du hattest gerade so ein schweineglück das mache ich jetzt warten der guckt jetzt einmal dann guckt er gleich noch mal und das ist dann wie bei leithaus gerade gehe ich hier rechts die treppe dann runter oder ja du musst halt dann irgendwann da schnell runter musst du ja aber gleich noch mal painkiller reinschmeißen so raider scheint keine gespawnd zu sein für nichts dann werden jetzt schon in der halle aber sie können doch kommen habe ich zeit mir mein bruch zu weben ja deine brüchee für skeff spieler ist es auch ein extra aber die gehen da meistens nicht hin weil wir haben so viele ich wollte natürlich ein paar skeff spieler die jetzt pushen kommen könnten ich wollte doch aber nur zwei sachen markieren und du machst daraus ein full rate und was für einer der typ war so fett gerade ja ich möchte dass du extractest ich möchte den schaden bitte sehen dass die skeffs bekommen haben wenn du jetzt nicht 8000 schaden hast guck dir mal an was der alles dabei hatte ja die hp halt die hp cdmx selbst drei helme nekro und hatte er noch das level 37 beste spieler der welt anscheinend naja dann haben sich zumindest die ganzen stimms gelohnt die die reingepfeift hast alter falter hatte du hast den mule gehauen du hast jetzt bei profital du hast den etg rein gehauen und den blutstopper den blutblatt den er den triber du ach nicht den performer oder wie der heißt was der alles gefunden hat und du hast ein quest item das ist ganz im ernst was hat der alles gefunden wird zwei spieler gelegt haben fertig verstehst du nie der hat ja auch da die hk ne warum modden die leute die waffe und lassen vorne den gasblock so der stört dass das iron zeit noch da ist vorne ich glaube wegen ergo plus eins dann kannst du auch den mk drauf machen für 4000 wohlgemerkt ja jetzt hat er immer noch nicht berupt das ist die bütze empfehlen steht welt vor der train zu die part weiter den typen habe ich aber auch gelegt als er vor mir auftauchte du hast eine empfehle komplett kaputt gemacht in dem reich ja wir sind bei 86 von 100 sie kann nur noch auf 97 repariert werden noch minus die reparatur dann bist du unter 95 wenn ich hier rauskomme hat sich das gelohnt auf jeden fall ich habe noch ein propi und sj6 das war es aber kannst du mir echt erzählen was das anfangs für skews waren ich habe keine ahnung wieso sind die nicht umgefallen komm guck einmal rein was in den mp7 magazinen drin ist fmj wann fährt dieser scheiß train los kann bis zur minute fünf gehen aber das ist da wo du jetzt bist ist der einzige punkt wo dich eigentlich keiner überraschen kann außer der kommt von der zugeinfahrtstür wo du drauf guckst alles andere hörst du äh äh okay ich bin fast sicher dass er cheatet hast du gesehen wie die tür aufgemacht hat und direkt nach oben schießt ja die leute kennen die position der zug hat zweimal gehubt einmal ja dann kannst du schon rein du kannst schon rein der hut jetzt gleich in einer minute nochmal wenn du reingehst direkt nach links gucken gut dann ich höre schritte ich sehe mal ich sehe mal mit eine die man ordentlich jedes nicht geschenk man translations man Guck mal auf die Headshots Cheater Der letzte Scaf, der hier Hat die Tür aufgemacht Und als er sie aufgemacht hat Hat er direkt links oben in die dunkle Ecke zu mir geschossen Ja, weil jeder weiß es halt, ne? Das war mir So, Schaden 1234